Ein junger Polizist ist zum ersten Mal mit einem erfahrenen Kollegen auf Streife. Plötzlich kommt ein Anruf rein. Sie sollen eine Gruppe von Leuten vertreiben, die an einer Straßenecke herumlungern. Die Polizisten fahren hin und sehen eine kleine Menschenmenge an der Ecke stehen. Der junge Polizist kurbelt das Fenster runter und ruft, geht von der Ecke weg Leute. Einige der Anwesenden werfen ihm nur Blicke zu, aber niemand bewegt sich. Er wiederholt lauter, Leute ihr solltet sofort von der Ecke weggehen. Die Gruppe beginnt schließlich sich aufzulösen, wirft ihm jedoch verwunderte Blicke zu. Stolz auf seinen ersten offiziellen Einsatz fragt der junge Polizist seinen Partner, na wie war ich? Der erfahrene Polizist lacht und sagt, ziemlich gut, besonders weil das ja eine Bushaltestelle ist.